und heute gibt es das fifa 365 a3 nxl starter pack das mega starter pack ist am start hier heute ich wünsche euch natürlich einen schönen guten rutsch ins neue jahr 2019 8,95 euro kostet das ganze und ich kann dieses starter pack auch nur so zeigen weil es ist einfach zu groß um es in der kamera dazu zeigen leute ich reiß mal auf booster und linies kommen uns entgegen und natürlich auch das spielfeld und die sammelmappe ich mache mal das spielfeld hier vorne rein die sammelmappe ja ist halt eine sammelmappe so sieht sie aus kann eigentlich auch gleich zur seite genau gleich zur seite zack weil es geht natürlich um die karten weil ich muss euch jetzt keine sammelmappe zeigen zack zack dass die karten die wir hier drin haben einmal name als limmi und dann noch die power karte die mittelfeld engine karte von man city silva silva gündogan und dann haben wir noch fünf päckchen fünf päckchen und ich hatte schon mal eine rare karte im starter pack leute let's go man vielleicht kriegen wir es heute auch wieder hin ich hoffe das war panini peckler kam ja let's go ja auf jeden fall richtig richtig geil georgio kielini als fans favorite bürki und götze company agüero und felipe luis ja das erste pack war jetzt nicht so ne dann haben wir hier mega recho kaylan navas jan verrati schöle und augustin rossi der ex-schalker tilo queira spielt jetzt bei paris rissino dann haben wir hier die defensive wall mit godin remines und jan oblak von atletico madrid der 33 argentinische titel für bocker juniors als milestone karte lasana diara und gel von gremio ohne wer karte leute nein spaß nandes naldo guido burgstaller nein gulan philippe und roman stoppen aber vielleicht ist ja die wehrkarte im letzten täglichen leute vielleicht hat sich die wehrkarte hier im letzten pack versteckt es ist ein logo und es ist nur ein logo das ist das logo des deutschen meisters 2018 19 borussia dortmund meine leute und hier noch bayern gezogen also bayern oder dortmund wird es nicht mehr machen vielleicht auch glattbach wenn alles schief läuft sage ich mal oder keine ahnung also glattbach muss man definitiv auch mit oben auf dem schirm haben sage ich mal lewandowski im pack fernando luis adriano benedetto und alex telles leute das war es hier mit dem heutigen unboxing wenn es euch gefallen hat lassen leite lassen aber da es hat mal wieder spaß gemacht endlich mal nach langer zeit wieder einen starter pack hier zu öffnen ein schönes mega starter pack hier der fifa 365 2019er serie ich bin raus haut rein und tschüssi ja und ja 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 ja